Sprüche 16. Wir sind mitten in den Sprüchen und die Sprüche, müssen wir uns vielleicht nochmal kurz erinnern, sind ja Sprüche von Salomo, die er seinen Kindern gewidmet hat, die an seine Kinder gehen und adressiert sind an seine Söhne und vielleicht auch Töchter. Er möchte, dass sie weise werden, er möchte, dass sie klug werden, er möchte, dass sie lernen, auf die richtige Art und Weise die Dinge anzugehen, auf die richtige Art und Weise zu regieren, das Volk zu führen und so weiter. Und sie sollen nicht nur einfach irgendwelche, sie sollen nicht einfach nur Regeln befolgen, nein, sie sollen innerlich verändert werden, sie sollen innerlich lernen, so zu denken, ja, weise zu denken. Der Vater möchte, dass seine Söhne innerlich im Kern ihres Wesens, ja, anfangen, die Dinge, ja, also weise zu werden. Und Weisheit ist etwas, das können wir und sollen wir auch immer wieder von Gott erbitten, denn immer mal wieder fehlt sie uns, aber Weisheit ist auch etwas, was wir mit uns tragen sollen. Weisheit ist etwas, was in uns sozusagen wachsen soll, bleiben soll, etwas, was uns prägt. Gott möchte uns seinen Stempel aufdrücken, ganz tief innen drin, sodass wir ganz tief im Kern unseres Wesens, ja, lernen, wie er zu denken, lernen, durch seine Augen zu sehen, lernen, lernen, Dinge zu beurteilen, wie er sie beurteilt und kluge Entscheidungen zu treffen, so wie er sie treffen würde. Und das ist etwas, ja, was wir lernen können und die Sprüche können uns dabei helfen. Und auch der Weg mit Jesus, wenn wir einfach Jesus nachfolgen, dabei werden wir auch weise, wenn wir Jesus nachfolgen. Da lernen wir ganz viel und da wird, da verändert Jesus auch unser Inneres, unseren Wesen, unseren Charakter. Lass uns mal hier einfach anfangen und reinspringen in Sprüche 16 und ich wollte mir hier noch einen Timer stellen. Ich habe im ersten Gottesdienst zu lange gepredigt. Ich lese aus der Neuen Genfer, aber auch aus der Elberfelder, also wundert euch nicht, ich werde immer so ein bisschen beide lesen und das so, damit wir so ein bisschen Vergleich haben. Die ähneln sich eigentlich ziemlich stark, aber genau, unterscheiden sich manchmal auch ein bisschen. Vers 1, Kapitel 16, der Mensch stellt zwar im Herzen Überlegungen an, aber was er schließlich ausspricht, kommt vom Herrn. Oder in der Elberfelder heißt es, beim Menschen sind die Überlegungen des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Jetzt könnte man denken, wow, ist das irgendwie, wie ist das gemeint? Ist es so, dass der Mensch an sich, also ist das immer so? Also sozusagen alles, wir denken zwar immer so ein bisschen, was wir sagen, aber dann, wenn wir den Mund aufmachen, ist jedes Wort, was wir sagen, von Gott. Und auch, was andere Menschen sagen, die machen sich zwar ihre Gedanken, aber letztendlich ist das alles von Gott gesteuert. Letztendlich ist Gott sozusagen dieser große Puppenspieler, der alles steuert, der alles, ja, lenkt, manipuliert, der uns nur das Gefühl gibt, dass wir irgendwie freie Entscheidungen hätten, dass wir selber, ja, nachdenken würden. Ist das sozusagen alles nur so ein großes Possen-Spiel oder wie ist dieser Vers hier gemeint? Weil ich finde, so kann man ihn durchaus auch verstehen oder man kann ihn wirklich in den falschen Hals kriegen. Und deswegen bin ich, ich habe da sehr lange sehr viel drüber nachgedacht und dann bin ich zu Laura gegangen, die saß gerade im Garten, am Sandkasten mit den Jungs, hat da gespielt. Und ich meinte, ich habe Laura den Vers vorgelesen und meinte, woran denkst du, wenn du diesen Vers hörst? Was ist so deine erste Idee? An was denkst du? Und Laura meinte so, hm, dachte ein bisschen nach, Biliam. Ich denke an Biliam. So, Biliam. Also, ich weiß natürlich, wer Biliam ist, aber ich musste kurz überlegen, okay, wie meinst du das? Aber ja, Biliam, natürlich. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Biliam. Biliam war so eine Art Prophet, Zauberer, so eine Mischung daraus irgendwie, so ein komischer Kerl, der auf jeden Fall irgendwie, ja, bekannt war und der König Michael Ballack wollte ihn beauftragen, hieß nicht Michael, aber Ballack, König Ballack, ist der Bruder von König Fußball, König Ballack wollte ihn beauftragen, Israel zu verfluchen, ja, denn Ballack mochte die Israeliten nicht so gerne oder empfand sie als Gefahr und er bot Biliam ziemlich viel Geld und Biliam lehnte eigentlich erstmal ab, sagte, nein, das mache ich nicht, Gott sagte dann auch, mach das auf keinen Fall, Biliam hatte irgendwelche wilden Träume, wo Gott sagte, tu das nicht und so und dann sagte er, nein, ich mache es nicht und dann, ja, und irgendwie doch und es ist eine ganz wilde, der Anfang von der Geschichte ist ziemlich wild, auf jeden Fall macht sich Biliam dann doch auf den Weg und reitet auf diesen Berg rauf, also es ist wirklich eine lesenswerte Geschichte und dann kommt er auch dann irgendwann da oben an und dann sagt Ballack, so, jetzt zur Sache und Biliam sagt, ja, bau mir hier sieben Altare auf, sie sind oben auf diesem Berg, unten lagert das Volk Israel, Ballack sagt, von hier oben verfluche sie, ja und Biliam sagt, alles klar, sieben Altare, sieben Stiere, schlachte die Stiere und dann wird Gott wahrscheinlich kommen und mir irgendwas, wird mir sagen, was Sache ist, so und dann Ballack macht das, baut sieben Altare, sieben, also er nicht selber, aber seine Leute, sieben Stiere werden geschlachtet, Biliam geht da irgendwo noch irgendwo hoch und dann kommt Gott wirklich zu Biliam und Gott legt ihm die Worte in den Mund. Da steht er tatsächlich so. Vierte Mose, Kapitel 23 ist das übrigens. Gott legte ein Wort in den Mund Biliams und Biliam segnete Israel, statt es zu verfluchen. Er konnte Israel nicht verfluchen, weil Gott ihm die Worte in den Mund legte. Der Plan war, die Überlegung war, ich verfluche jetzt Israel. Das war der Auftrag, dafür ist das Geld geflossen. Dafür wurde er überschüttet sozusagen mit Geld. Ballack war das wirklich sehr wichtig. Das war der Plan. Der Mensch stellt in seinem Herzen Überlegungen an, aber in manchen Fällen greift Gott dann ein und bei Biliam war es so und legt dem Menschen dann Worte in den Mund, die eigentlich gar nicht seine Worte sind. Und Biliam segnet Israel wunderbar, es ist echt eine Freude, aber Ballack sagt, Junge, was machst du da, hör auf! Ballack traut sein Ohr nicht. Junge, wir hatten doch abgemacht, dass du sie verfluchst, warum segnest du sie? Mach nochmal und dann dasselbe nochmal und so weiter. Also, Biliam, ja, stimmt. Gott legte ihm die Antwort auf die Zunge. Aber dann fiel mir noch jemand ein, vielleicht jemand, der noch viel offensichtlicher ist, ist euch vielleicht auch schon in den Sinn gekommen. Mose. Ja, Mose. Bei Mose war es doch ganz genauso, oder? Zweite Mose, Kapitel 4, das ist das ganze Gespräch zwischen Mose und Gott. Und Gott will jetzt Mose zum Retter machen für das Volk Israel. Und Mose ist sich nicht so wirklich sicher, ob das eine gute Idee ist. Und er hat ziemlich viele Einwände. Er widerspricht ziemlich oft und sagt, nee, Herr, das kann ich doch nicht und das geht doch nicht. Und ich meine, er ist auch schon alt in der Situation, das darf man nicht vergessen. Aber dann sagt, wir lesen mal hier Vers 10 von Kapitel 4, Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern. Also nie, sogar als ich jung war, war ich nicht gut im Reden. Noch seitdem du mit deinem Knecht redest, also noch seit heute. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Also Gott sagt, ich bin mit deinem Mund. Geh einfach, geh! Geh und wenn du den Mund aufmachst, mach dir keine Sorgen. Ich werde dir dann schon helfen in dem Moment. Denk nicht so viel nach. Plan nicht so viel, was du sagen wirst, wie du es sagen wirst, welche Worte du benutzen wirst. Vertrau mir, ich bin mit deinem Mund. Und genau das passiert auch wirklich. Gott tut, was er sagt. Und er legt Mose die Worte in den Mund beziehungsweise er sagt Mose, was er sagen soll. Und dann denke ich noch an jemand anders und zwar an Jesus Christus, Jesus von Nazareth, unseren Mose. Der Mann, der uns gerettet und befreit hat. Und Jesus sagt eigentlich genau dasselbe von sich selbst. Nämlich, dass Gott auch ihm die Worte in den Mund legt. In Johannes Kapitel 3, Vers 34 sagt er zum Beispiel, denn der, den Gott gesandt hat, damit meint er sich selbst, redet die Worte Gottes. So, ich rede nicht hier irgendwie von meinem Quark, sagt Jesus. Ich rede Gottes Worte. Was aus meinem Mund kommt, das sind Gottes Worte. Gott legt mir die Worte in den Mund. Oder Johannes 8, Vers 26 bis 28. Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zur Welt. Genau wie Mose. Was er von Gott, genau wie Biliam. Was sie von Gott gehört hatten, das sagten sie auch. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und dass ich nichts von mir selbst tue. Sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Also Jesus sagt, ich sage eigentlich nur das, was Gott sagt. Und das kann verschiedene Dinge bedeuten. Es könnte bedeuten, dass Jesus immer, wenn er den Mund aufmachte, so eine Stimme im Kopf hörte von Gott, die ihm in dem Moment sagte, das soll ich jetzt sagen. Wie so ein Knopf im Ohr. Wisst ihr, wie so, ich weiß nicht, wer das so hat, aber bei manchen Fernsehsendungen oder so vielleicht, so zur Sicherheit, hast du so eine Art Soufflöse, so einen Knopf im Ohr, wo dir dann manchmal, wenn du voll den Blackout hast, wo dir dann einfach die Regie weiterhilft und sagt, jetzt das, jetzt sag das, jetzt sag das, jetzt frag das, frag das, das gibt es. Es kann sein, dass er das so meint. Es kann aber auch einfach sein, dass er meint, wisst ihr was, ich kenne das Wort Gottes ganz genau. Ich kenne das Wort Gottes sozusagen auswendig. Und das, was ich euch hier sage, ist nichts anderes als Wort Gottes. Das, was ich hier verkündige, Leute, ist nichts Neues, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das könnt ihr hier nachlesen, das ist Wort Gottes. Und ich glaube, dass Jesus das auch ganz genau so gemeint hat. Es war Wort Gottes, was er gepredigt hat. Es waren Gottes Worte auf seinem Mund. Und dafür können wir auch beten, wenn wir predigen, wenn wir Andachten halten, wenn wir im Hauskreis sind, wenn wir auf der Arbeit sind, wenn wir mit Leuten, wenn wir Familien treffen haben, man denkt, was soll ich sagen, meine Verwandten oder meine Kollegen, jetzt haben wir da ein Gespräch oder ich will so gerne, aber ich weiß nicht wie. Lass uns einfach echt beten, Herr, leg mir deine Worte in den Mund. Ich brauche das. Ich kann jetzt die ganze Nacht überlegen. Ich kann mir den Kopf zerbrechen, wie ich das richtig verpacke, wie ich das richtig sage. Aber am besten wäre es, wenn du mit meinem Mund bist, wie mit Mose. Herr, bitte. Und ich glaube, Gott sagt uns das auch zu. Jesus sagt das zumindest seinen Jüngern auch für eine ganz bestimmte Situation zu. In Lukas 12 sagt er zum Beispiel, da sagt er seinen Jüngern, es wird schwer. Die Leute werden euch anklagen, vor Gericht stellen, aus den Synagogen werfen, geißeln. Und wenn ihr dann vor dem Richter steht, dann zermadert euch nicht den Kopf, was ihr sagen sollt. Dann schreibt nicht schon so innerlich eure Verteidigungsrede. Denn der Heilige Geist, Lukas 12, Vers 11, Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Geschwister, wir können ganz getrost beten, Herr, leg mir deine Worte in den Mund. Und es wird nicht immer so sein, aber es wird in Schlüsselsituationen so sein, denke ich, wenn wir einfach Gott darum bitten, wenn wir offen dafür sind, dann wird Gott das, denke ich, tun für uns. Und nicht, damit wir cool sind und damit wir toll sind, nein, den anderen zuliebe. Denn die anderen müssen Gottes Worte hören. Die Menschen um uns herum, die brauchen das. Wirklich, ja, Worte von Gott. Worte von Gott sind doch so wertvoll, oder? Es ist, das ist wie Regen in der Wüste, Worte von Gott in dieser trockenen Welt, oder? Also diesen Spruch, diesen Vers 1 von Kapitel 16 sehe ich einfach als Ermutigung für uns, dafür zu beten, Herr, ich kann mir den Kopf zerbrechen, ich kann die ganze Nacht darüber nachdenken, aber bitte leg mir deine Worte in den Mund. So, Vers 2. Alles, was einer tut, erscheint ihm selbst, Oh, ja, danke, genau, ja, danke. Alles, was einer tut, erscheint ihm selber unschuldig und rein. Der Herr jedoch prüft die wahren Absichten und Beweggründe. Will heißen, wir Menschen haben einfach grundsätzlich eine ganz schlechte Einschätzungsgabe, was unser eigenes Handeln betrifft. Wir selber bewerten unser Handeln manchmal sehr falsch. Wir tun Dinge und denken, Oh Gott, das war furchtbar. Das gibt es auch. Aber eigentlich war es ganz gut. Ich habe diese Situation gehasst, wo der Klassenlehrer dich fragt, Na, was meinst du denn, Jörg? Ja, Selbsteinschätzung, ne? Was würdest du dir denn selber geben? Kennt ihr diese Situation, wenn der Lehrer euch das fragt? Ich habe das gehasst, ich habe gesagt, ich will mir nicht selber was geben, gib du mir was. Ich hasse diese Frage. Vielleicht ist es einfach auch die Faulheit, über sich selbst nachzudenken und über seine eigene Leistung. Ja, wahrscheinlich. Ich will einfach meine Note, dann will ich mich aufregen und weggehen. Ich will nicht über mich selber nachdenken. Ich will mich nicht selbst reflektieren. Ja, dann sagt mancher einfach so aus Trotz Eins. Er weiß natürlich, dass es eine Fünf wird oder eine Vier. Aber Eins. Einfach, weil man, ja, weiß ich auch nicht, frech sein will, dreist sein will, was auch immer, lustig sein will. Aber manchmal machen wir auch Dinge, die nicht gut sind und bewerten sie als total gut. Ja, irgendwie reden wir uns manchmal Sachen schön, wir rechtfertigen sie vor uns selber, aber manchmal fühlen sie sich auch einfach total richtig und gut an. So. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir als Menschen Gott mit einbeziehen in die Bewertung unseres Handelns, dass wir Gottes Wort mit einbeziehen, dass wir Gottes Wort lesen und unser Handeln danach prüfen oder daran prüfen, dass nicht unser Gefühl, nicht unsere Selbsteinschätzung, nicht unsere Selbstreflexion der Maßstab ist, ob wir gerade gut leben, ob das gerade gut war, was ich gemacht habe, sondern dass Gottes Wort uns da prüft. Und das ist super, super wichtig, denn wir sind da wirklich sehr, sehr eingeschränkt, sehr subjektiv. Das geht ja teilweise so weit, mittlerweile, was heißt mittlerweile, wir können ja als Menschen zum Beispiel jahrelang, ich kann jahrelang fremdgehen, eine Affäre haben mit einer anderen Frau und selber denken, das ist doch gut. Ich kann das auch so vor meine Kumpels fragen mich, was machst du da? Ich sage, wieso, was mache ich da? Das ist doch gut. Meine Frau ist glücklicher, weil ich glücklicher bin, also ich bin fröhlich, ich bin ausgelassen, ich habe wieder diese Lebensfreude, ich fühle mich wieder wie ein 16-Jähriger und meine Frau profitiert davon, ich bin wieder ganz der Alte oder was auch immer und meine Geliebte profitiert ja auch von mir, weil ich mit ihr Zeit verbringe und sie nicht mehr Single ist und ich profitiere sowieso davon, weil es mir gut geht. Ist doch gut, für alle ist doch gesorgt. Ist doch kein Ding. Kann man sich ja total gut einreden, oder auch wirklich glauben. Man kann das auch wirklich glauben. Aber wenn wir dann das Wort Gottes zu Rate ziehen, werden wir schnell merken, ja, nee, das ist nicht so gut. Wir können aber auch anfangen, zum Beispiel fremde Menschen im Internet wüst zu beschimpfen, die wildesten Sachen ihnen an den Kopf zu werfen, unsere Mülleimer über sie auszuschütten, online und denken, es ist richtig. Das ist doch, wieso? Ist doch gut. Das haben sie doch verdient. Ja, selber schuld. Wenn man solche Videos auf YouTube reinstellt, ja, wer den, wie heißt das, wer den Hohn hat, muss für den Sport nicht, nee, wie heißt das, muss, wer den Schaden hat, muss für den Sport nicht sorgen, oder so. Gibt ja so einen alten Spruch. Also, ja, wie auch immer. Wenn jemand sowas ins Internet stellt, dann habe ich auch das gute Recht, ihn zu beleidigen. Ja, dann habe ich auch das gute Recht, mich über ihn lustig zu machen. Und so weiter. Es gibt, es ist ein richtiger Volkssport mittlerweile in Deutschland geworden. Es gibt mittlerweile in Deutschland einen ganzen Haufen Menschen, die das als völlig in Ordnung empfinden. Wieso? Das ist doch nur Twitter. Wieso? Das ist doch nur das Internet. Ich kann doch hier schreiben, was ich will. Meinungsfreiheit, genau. Wir haben die wildesten Ausreden für den ganzen Müll, den wir da produzieren und reinstellen und denken, alles ist gut. Alles ist gut. Es geht ja so weit, dass wir vielleicht rausgehen in die Fußgängerzone und irgendeiner Frau den Hijab vom Kopf reißen, das Kopftuch vom Kopf reißen und sagen, wieso? Ich kämpfe gegen die Islamisierung des Abendlandes, das christliche Abendland. muss verteidigt werden und das fängt hier am Kröpke an. Ja? Ist doch gut, oder? Ich habe mal wieder einer Muslimin gezeigt, wo es lang geht. Ich habe hier den Hijab vom Kopf. Wir sind hier in Deutschland. Wir zeigen Gesicht. Jetzt zwar in Corona nicht so, aber das finde ich auch irgendwie so eine lustige Posse des Schicksals, dass wir jetzt alle vermummt sind. aber egal. Ist doch gut. Ich mache doch nur das Richtige. Islam ist falsch. Islam ist böse. Ich kämpfe gegen Muslime. Ist doch super. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Aber wenn wir uns am Wort Gottes prüfen, wenn wir das zulassen, werden wir merken, das ist selbstgerechte Kacka. Es ist einfach falsch. Das ist Blödsinn. Das ist Lieblosigkeit. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selber. Da gibt es keine Ausreden mehr für aggressives Verhalten, für Hass, für Beleidigung. Unser Herr hat sich beleidigen lassen, aber unser Herr hat seine Feinde nicht beleidigt. Unser Herr hat seinen Feinden nicht die Helme vom Kopf gerissen und was weiß ich, die Schwerter aus den Händen gerissen. Er hat ihnen nicht mal die Ohren abgeschlagen, so wie Petrus. Nein, er hat sich hinrichten lassen. Er hat dieses Ganze, er hat das alles ertragen. Was wir auf andere ausschütten, das hat unser Jesus am Kreuz getragen. Den Hass, den wir übereinander ausschütten und glaub bloß nicht, dass das gut ist. Den hat Jesus mit am Kreuz getragen und denk nicht, dass das gut ist. Und wenn da in der Bibel steht, haltet mit jedermann Frieden, soweit es an euch ist, dann macht Gott bei dir keine Ausnahme, weil du denkst, du bist der Kämpfer fürs Christentum. Du bist der Kämpfer für den Glauben. Nein, nein. Haltet Frieden mit jedermann, soweit es an euch ist. Das gilt auch für dich, du Kämpfer für den Glauben. Das ist dein Auftrag. Also bitte, bitte, lass vom Wort Gottes bewerten. Lass dich vom Herrn bewerten. Denn du kannst dir einbilden, dass alles mögliche gut ist, was du tust. Die größten und schlimmsten Dinge. Wahrscheinlich dachten die Nazis auch, der Holocaust ist gut. Um jetzt mal das Superlativ nochmal aus dem Ärmel zu schütteln. Also man kann sich ja alles gut reden. Es ist doch alles, die grausamsten Taten können gut sein, oder? Es ist traurig, aber wir haben da eine schlechte Einschätzungsgabe als Menschen. Alles, was einer tut, erscheint ihm selber unschuldig und rein. Der Herr jedoch prüft die wahren Absichten und Beweggründe. Vers 3 Vertraue dem Herrn an, was du vorhast, dann werden deine Pläne gelingen. Mach deine Pläne mit Gott, nicht ohne ihn. Das ist was, was in der Bibel eigentlich immer wieder gesagt wird. Bezieh Gott mit ein in deine Pläne. Wenn du Pläne hast für deine Familie, als Vater, als Familienoberhaupt, mach das mit Gott aus, besprich das mit Gott, leg das Gott vor, bete dafür. Und ich sage mir das selber, weil ich nicht so, ich treffe selber so gerne alleine Entscheidungen. Ich bin da gerne selber so autark irgendwie. Und dann fällt mir irgendwie, hättest du nochmal für beten können. Ich habe den Kreditvertrag schon unterschrieben und dann fällt mir ein, ach ja, ich bitte dich jetzt, dass das gut geht. Habe gerade 10.000 Euro aufgenommen, so, ja, oh Mann, ja, ich habe das jetzt einfach gemacht, aber du wirst das schon machen, oder? Amen, du bist gut, oder? Man kann sich auch das schönreden, oder? Lass uns Gott mit einbeziehen und Gott sagt dann, das ist gesegnet, wirklich, da liegt Segen drauf und erinnert euch, das sind Sprüche für Könige, das sind Sprüche für Königssöhne, für Menschen, die regieren werden, die in Verantwortung sind, ja, sogar Könige sollten Gott mit einbeziehen in ihre Pläne, da ist ein großer Segen drauf. Vers 4, alles hat der Herr zu einem bestimmten Zweck geschaffen, so auch den Gottlosen dazu, dass ihn eines Tages das Unglück trifft. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt auch so ein bisschen innerlich zusammenzuckt, also ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als ich das gelesen habe, ich lese mal die Elberfelder Übersetzung, alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht, so auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks, ist eigentlich ziemlich ähnlich. Das ist der Vers, über den ich mir irgendwie so am meisten Kopf gemacht habe, denn ich bin kein, also ich bin kein Kalvinist, ich glaube nicht daran, dass Gott die Menschen erschaffen hat mit einem Schicksal, was sich nicht mehr ändern lässt. Also, dass Gott sozusagen Menschen macht, die er dafür bestimmt hat, in die Hölle zu gehen, ins Verderben zu gehen, verurteilt zu werden, und dass Gott einen anderen Teil der Menschen gemacht hat, um in die Herrlichkeit zu gehen und dass sich daran nichts mehr ändern kann, dass die Menschen einfach mit diesem Schicksal geboren sind und sie können nichts daran ändern. Ich glaube das nicht. Ich glaube das schon alleine nicht, weil die Bibel immer wieder zur Umkehr aufruft. Es wäre doch ein schreckliches Possenspiel von Gott, vorgetäuschte Rufe der Umkehr an Menschen, die nicht umkehren können. Ich fände das schrecklich, den Gedanken, der macht für mich, das Herz Gottes ist doch, dass er sich wünscht, dass der Gottlose umkehrt, dass der Sünder einen klaren Kopf bekommt, zur Besinnung kommt, wie der verlorene Sohn und sagt, was mache ich hier eigentlich? Ich will zurück nach Hause zu meinem Papa. Wo bin ich hier gelandet? Wo hat mich das hingeführt? Im Schweinestall. ich will zurück zu Papa und dann kann der Sohn zurück zu Papa und der Papa wartet, er wartet nur darauf, er sehnt sich, der Vater sehnt sich nach dem verlorenen Sohn, nach dem Gottlosen und Jesus wurde so dafür kritisiert von den Pharisäern dafür, dass er mit Gottlosen zusammen ist, dass er mit Gottlosen zusammen trinkt, dass er mit Gottlosen durch die Gegend zieht. Die Pharisäer haben gesagt, die Menschen, weißt du mit wem du da zusammen bist? Weißt du das eigentlich, mit wem du da dein Brot aus einer Schüssel isst? Ist dir das klar? Das sind Gottlose und das bleiben auch Gottlose. Das war nämlich die Denke, das sind Gottlose und das ist so. Und Jesus hat gesagt, das sind Kranke und ich bin der Arzt und ich bin gekommen, um die Kranken zu heilen, um die Gottlosen von ihrer Gottlosigkeit zu heilen. Das war Jesu Auftrag. Ich glaube, wir haben echt, ich glaube, ich will jetzt nichts Faltes sagen, aber ich glaube, Gottes Herz bricht für die Gottlosen und es ist nicht etwas, was er ihnen auferlegt hat, ein Schicksal Gottlos zu sein. Ich glaube, er sehnt sich danach, dass die Gottlosen umkehren. Zum Beispiel in Hesekiel 18, ihr kennt den Vers, der ist sehr berühmt, da sagt Gott, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen? Ich meine, warum steht das in Hesekiel? Weil wahrscheinlich Leute gedacht haben, Gott hat gefallen am Tod des Gottlosen. So, Gott freut sich, yeah, strike, schon wieder einer von diesen Gottlosen getötet, yeah, so, weißt du, Vulkanausbruch, yeah, 10.000 Gottlose weniger, uh, jetzt geht's richtig los, wir säubern die Erde von den Gottlosen, yippie, nein, Gott hat kein Gefallen am Tod des Gottlosen, Gott feiert das nicht ab, wenn die Gottlosen im Bombenhagel sterben, Gott würde gerne, dass die Gottlosen umkehren, Gott würde gerne, dass die Gottlosen das Gegenteil von Gottlos, also, dass sie nicht mehr gottlos sind, also, von Gott losgelöst, sondern, dass sie wieder Gott gebunden sind, an Gott angedockt sind, wieder zurückkehren, bevor der Bombenhagel sie trifft. Gott gefällt das nicht, Daumen runter, kein Like, wenn Gottlose sterben, kein Like von Gott dafür, keine Likes. Vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt, dann feiert Gott, wenn ein Gottloser umkehrt, und das hat Jesus doch immer wieder gesagt, Leute, diese Leute, wenn ein Sünder, wenn nur ein Sünder umkehrt, dann ist Party im Himmel, dann feiert Gott, das liked Gott, da dreht Gott durch, da kommt er aus sich raus, da feiert er, da tanzt er auf seinem Thron, das ist Gott, da geht Gottes Herz auf, wenn Gottlose umkehren, wenn Menschen zum Leben erwachen, wenn Tote lebendig werden und auferweckt werden zu neuem Leben, dann feiert unser Gott und dann sollten wir mitfeiern, das wäre sonst echt schade, wir würden die Party sonst verpassen, wenn wir das nicht mitfeiern würden, wenn wir da sitzen würden, diese blöden Gott, jetzt kommen die auch noch alle zum Glauben, nee, mit denen gehe ich nicht in eine Gemeinde, weißt du, wie die früher gelebt haben, nee, 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 die können ja ihre eigene Gemeinde gründen, aber nicht wir, okay, wir sind nicht der richtige Ort dafür, Römer 4, Vers 5, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern zur Gerechtigkeit gerechnet, wisst ihr, Jesus hat die Gottlosen gerechtfertigt, das war sein Herz, deswegen ist Jesus gekommen, dafür ist Jesus gestorben, und Gottes eigenes Volk war gottlos, wir denken immer, die da draußen sind, oder wenn man an Israel denkt, ich meine, die Sprüche sind ja in erster Linie geschrieben für Israeliten, für Juden, so, das waren die ersten Adressaten dieser Sprüche, jüdische Menschen, Israeliten, die haben das gelesen, und Israel war immer wieder so krass gottlos, so heftig gottlos, dass Gott sich gewundert hat, was los ist mit seinem Volk, mit seinem eigenen Sohn, Gott hat ja sein Volk auch seinen eigenen Sohn genannt, die ganze Geschichte vom verlorenen Sohn ist ja auch die Geschichte Israels letztendlich und Gottes Wunsch, dass Israel umkehrt, also Gott, Gott liebt das. Okay, kommen wir noch zum allerletzten Vers, der Herr verabscheut alle Hochmütigen, Vers 5, verlasst euch darauf, keiner von ihnen kommt ungestraft davon. Hochmut, Geschwister, ist ein echtes Problem. Es ist, und wie gesagt, das hier sind Sprüche für Könige, und wie schnell werden Könige hochmütig, wie schnell werden regierende Menschen hochmütig, hochnäsig, denken von sich, sie sind sonst wer, ja, stellen sich da wie die größten Kings der Welt, sie sind die Größten, sie sind die Besten, aber es sind da nicht nur die Leute da oben, die hochmütig sind und hochnäsig und stolz. Das geht auch ganz schnell in der Gemeinde, wir können ganz schnell da reinfallen, wir müssen gar nicht mit dem Finger auf die Leute in der Welt zeigen, dann zeigen drei Finger auf uns zurück. Leute, wir müssen uns achten vor Hochmut, wir müssen uns in Acht nehmen, weil Gott ekelt das an, wenn du hochmütig bist, Gott ekelt das an, hochmütige Menschen findet er zum Kotzen, nicht die Menschen, aber den Hochmut und wenn dieser Hochmut diesen Menschen durchdringt, es kann Gott nicht ertragen, diesen Hochmut, es ist furchtbar für ihn, er kriegt einen Kotzkrampf und auch wenn das ein König ist, wisst ihr, wenn ein Mensch, wenn ein Neher hochmütig sein dürfte, dann wäre das Gott selber. Wenn Gott selber hochmütig wäre, hätte ich kein Problem damit. Wenn Gott sagen würde, ich bin der Größte, betet mich an, ich bin ja so geil, wow, und so weiter, wenn Gott die ganze Zeit darüber sprechen würde, wie Hammer er ist und wie geil er ist und ich finde, das macht er in der Bibel eigentlich nicht und wenn wir uns dann Jesus angucken und dass Jesus gesagt hat, ich bin von Herzen demütig und wir sehen Gott in Jesus, Jesus ist das Abbild, Gottes Abbild, Jesus ist Gott, Gott selber, Gott Mensch geworden und wenn wir Jesus ansehen, Jesus war nicht hochmütig, Jesus war kein Angeber, Jesus war kein Poser, Jesus war demütig von Herzen und es kann mir keiner sagen, dass Jesus stolz und hochmütig war und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir wirklich Nachfolger Jesu sind, dann sollten wir uns das nicht aneignen, selbst als Könige nicht, es geziemt sich nicht, auch für einen König nicht, stolz zu sein, hochmütig zu sein, auf andere herabzuschauen, das ist eine abartige Haltung, Gott ekelt das an und ich weiß, wir sind eine Gemeinde von sehr begabten Menschen, ist wirklich so, kein Witz, ich kenne auch ganz andere Gemeinden, die wären froh, wenn ein paar Leute bei ihnen so begabt wären, wie hier bei uns. Hier unter uns sind einfach Leute, das weiß ich, manche von uns sind sehr klug, manche von uns sind vielleicht sogar sehr wohlhabend, manche von uns haben vielleicht eine große Familie und sind mit vielen Kindern beschenkt, manche von uns sehen vielleicht ziemlich gut aus, ich zum Beispiel, vor 20 Jahren und wenn ich dann noch 15 Kilo leichter gewesen wäre, manche von uns sehen vielleicht sehr gut aus, manche von uns sind vielleicht sehr sportlich, manche sind sehr hip, manche sind einfach nur jung und deswegen cool. Ich könnte ja tausend Gründe aufzählen, wisst ihr, wir Menschen können auf alles stolz sein, oder? Auf alles, wir können auf alles uns was einbilden, es gibt sogar Leute, die bilden sich was darauf ein, wie dumm sie sind, ich kann mir sogar was darauf einbilden, guck mal wie dumm ich bin, ich habe in der Schule nie aufgepasst, ist das nicht geil? Was ist los? guck mal, ich bin immer aus der Schule geflogen, ist doch geil, oder? Ich bin stolz darauf, nicht einer von euch eingebildeten, elitären, gutbürgerlichen Spießern zu sein, guck mich an, ich bin real, ich bin echt, ich habe mich nicht reinquetschen lassen in dieses Korsett der Gesellschaft, ich brauche das alles nicht, wir können ja auf alles stolz sein, wir können sogar darauf stolz sein, wie kaputt uns die Drogen gemacht haben, so, ey Digga, guck mal hier, 20 Jahre Heroin, keine Ahnung, wir können auf die verrücktesten Dinge stolz sein, sogar darauf, wie fertig wir sind, oder wie böse wir sind, oder wie sündig wir sind, keine Ahnung, wie versaut wir sind, es gibt Leute, die bilden sich was darauf ein, wie versaut sie sind, so, okay, ihr habt den Punkt, denke ich, verstanden, Leute, das ist nicht unser Stil, das ist nicht unsere Art und wir sollten uns davon abwenden und wenn wir das in uns merken, dann sollten wir das sofort wegschmeißen, beten, auf die Knie gehen, sagen, Herr, brich meinen Stolz, brich meinen Stolz, Herr, ich will nicht auf meine Schwester, ja, sie kann nicht so gut singen wie ich, so, wir können ruhig ehrlich mit uns sein, ja, ich bin vielleicht begabt in so what, das ist ein Geschenk Gottes, lass uns stattdessen dankbar sein, statt stolz zu sein und hochmütig zu sein, lass uns dankbar sein, Dankbarkeit ist die richtige Haltung, Dankbarkeit, einfach nur dankbar, denn alles, was ich habe, alles Gute, kommt von oben, sagt Jakobus, das ist ein Geschenk Gottes, lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir so viel lernen können in den Sprüchen und dass du uns so krass verändern willst, auch in den Sprüchen her, und wir haben alle noch so unsere Ecken und Kanten, auch, ja, wenn wir vielleicht grundsätzlich schon in vielen Dingen echt gelernt haben und gereift sind her, aber du siehst, wo da noch echt auch Baustellen sind in unserem inneren Jesus, wo wir echt reifen müssen und dazu lernen müssen her, und ich bitte dich her, dass du das in uns tust her, und dass wir nicht zu stolz dafür sind, dich ranzulassen an unsere Schwachstellen her, und wir wollen, ja, diese Sprüche ernst nehmen, weil wir weise werden wollen, weil wir wissen, wir brauchen diese Weisheit, wir brauchen, ja, deine Weisheit her, das ist ja nicht irgendeine Weisheit, und so bitten wir dich, dass du uns für die kommende Woche segnest und, ja, dass du einfach wirklich weiter in unserem Inneren arbeitest, her, Amen.